Als nächstes haben wir im Programm am frühen Samstagmorgen einen Song, der stimmt nicht, das ist grauenhaft. Hey! Stopp! Das ist doch kacke, diese neuen Maschinen. Das ist super scheiße. Ach ja, gut. Sag mal, das ist doch... die Schnee geht nicht mehr. Im Moment, ich hab das runtergeklopft, das Teil hier. Also mal feinst tunen. Das geht gar nicht mehr. So, schau mal. Schau mal.